Guten Morgen von mir. Ich wollte euch nur Anteil geben an dem, was wir als Älteste jetzt beschlossen hatten und gemacht haben. Einfach aufgrund der gegenwärtigen Situation der letzten Tage hatte ich es auf dem Herzen bekommen und mit den Ältesten abgesprochen, den jüdischen Gemeinden hier in Hannover eine kleine E-Mail zu schreiben. Ich habe geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, in diesen Tagen, an denen Juden in Deutschland an vielen Orten und auch hier in Hannover Verachtung und Hass entgegengebracht wird, möchte ich Ihnen auch im Namen unserer Gemeinde unsere Solidarität aussprechen. Wir stellen uns zu Ihnen als unseren Mitbürgern und Nächsten und beten für Sie zu dem Gott Abrahams, Isaks und Jakobs um Schutz und Bewahrung. Von Herzen wünschen wir Ihnen den Segen Gottes, seine Gnade und seinen Frieden inmitten unruhiger Zeiten. Denkt auch im Gebet daran, einfach für die, die einfach um ihrer Zugehörigkeit zum Volk Gottes Schmähungen erleiden müssen, teilweise bis hin zu Drohungen und Angriffen. Lass uns dafür beten. Ja, wir gehen ins Wort im Buch der Sprüche. Und ja, Gott hat mir heute aufs Herz gelegt, über eine Sache zu sprechen, die ein bisschen herausfordernd ist. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, weil es ein Thema ist, was in der Gemeinde Gottes irgendwie unstritten ist. Und ich glaube, dass es aber nichts damit zu tun hat, dass diese Dinge bei Gott nicht klar sind, sondern einfach, dass wir uns als Leib Christi in Deutschland, ja, dass wir dort uns nicht klar genug einfach mit dem Wort Gottes beschäftigen, auseinandersetzen und es zulassen, dass das Wort Gottes uns ausrichtet. Es ist ja so, dass wir ein Gewissen von Gott empfangen haben. Und das Gewissen zeigt uns eigentlich, was gut ist und was böse ist. Aber unser Gewissen ist, ja, teilweise nicht richtig ausgerichtet. Es ist wie eine Kompassnadel, die richtig ausgerichtet sein muss. Sonst zeigt sie uns in die falsche Richtung. Und derjenige, der uns ausrichtet, der unsere Kompassnadel, unsere innere Kompassnadel richtig ausrichtet, ist Gott. Sein Wort richtet unseren inneren Kompass richtig aus. Und das ist total wichtig, dass wir in dieser Zeit, wo viele Dinge in Frage gestellt werden innerhalb der Gemeinde Gottes, dass wir uns ausrichten und unseren inneren Kompass richtig ausrichten lassen. Von Gott selbst, von seinem Wort. Sonst kommen wir, werden wir durcheinander gebracht, wir werden orientierungslos und wir laufen in die Irre. Und wenn wir das jetzt heute hören, es geht nicht darum, dass wir irgendwie, ich will hier niemanden verdammen oder niemanden irgendwie ein schlechtes Gewissen machen. Es geht einfach darum, dass wir uns Gottes Wort reinziehen und uns davon leiten und prägen lassen. Auch darin, wo wir vielleicht innerlich andere Vorstellungen haben, andere Gedanken haben. Am Ende geht es darum, das, was Gott uns zeigt in seinem Wort, das ist sein Wille und es entspricht seinem Heiligen Geist, den wir empfangen haben. Und das, wo sich in uns Widerspruch und Widerstand kundtut, da ist es unser Fleisch. Da ist es unser sündhaftes Wesen, was sich dagegen wehrt, dagegen sträubt, Gottes Maßstäbe anzunehmen, Gottes Ordnungen anzunehmen. Aber Gottes Ordnungen sind nicht dafür gegeben, damit wir irgendwie, ja, damit wir Probleme haben, damit wir Schwierigkeiten haben, sondern sie sind dafür gegeben, um uns Licht zu geben auf dem Weg, der der richtige Weg ist, der der Weg ist zu Gott. Es ist dazu gegeben, damit wir selber, damit unser Leben leuchtet, so wie wir es vorhin gehört haben. Wir sind doch dazu berufen, Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Und Salz und Licht sind wir dadurch, wie wir unser Leben leben, nämlich in Gemeinschaft mit Gott, ausgerichtet auf seine Maßstäbe, in seinen Ordnungen zu wandeln. Das macht uns zum Licht. Wenn wir aber die Maßstäbe Gottes verwerfen und unsere eigenen Maßstäbe höher halten, dann verliert das Salz seine Kraft und es ist zu nichts anderes zu gebrauchen, als dass es auf die Straße geworfen wird und zertreten wird. Deswegen nehmt das heute einfach auch als Stärkung im Wandel, in der Nachfolge Jesu. Das, was wir gehört haben, er ruft uns dazu, dass wir Menschenfischer sein sollen und dazu gehört, dass wir in diesen Dingen, die uns vielleicht auch unbequem erscheinen, dass wir uns Gottes Wort wirklich ins Herz schreiben lassen, sodass das unsere Prägung ist und uns leitet und führt. Dann können wir wirklich auch Licht sein. Gut, lass uns hineingehen in die Sprüche und wir werden nur zwei Verse lesen. Im Vers 13 vorweg kurz und knapp werde ich das halten zu Vers 13. Der Faule sagt, ein Löwe ist draußen. Sprüche 22, Vers 13. Entschuldigt auf den Plätzen könnte ich getötet werden. Eine witzige Vorstellung, da sitzt einer auf dem Sofa, irgendwie so bequem, legt die Beine hoch und der eine sagt, hey, lass uns doch mal los, lass lieber drin. Und der Spruch entlarvt es, und das ist gar nicht so witzig, als eine faule Ausrede. Die Angst, von der er spricht, die Befürchtung, die dieser Mensch hat, sie ist gar nicht echt. Es ist nur ein Vorwand für Faulheit, sich nicht bewegen zu müssen. Es passt irgendwie sehr gut zu dem, was wir vorhin gehört haben. Wir sind berufen dazu, hinaus zu gehen. Wir sind berufen dazu, Menschen zu dienen. Wir sind berufen dazu, Menschen mit der Liebe Gottes zu erreichen. Anderen Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben. Wir sind nicht dazu berufen, auf der faulen Haut zu liegen. Und gerade in dieser Zeit, da ist es nicht der Löwe, aber da ist es Corona. Der Faule sagt, Corona ist draußen, mitten auf den Plätzen. Ich könnte getötet werden. Wir müssen uns selbst prüfen, Geschwister, ob es nicht vielleicht so ist. Manchmal täuschen wir uns über unser eigenes Herz. Herr, prüfe mein Herz. Ist es wirklich aufrichtige, echte Befürchtung, die mich treibt, oder ist es in Wirklichkeit nur Faulheit? Ist es einfach so schön bequem, zu Hause zu bleiben? Ist es nicht so schön bequem, mich meinem Nächsten nicht mehr zuwenden zu müssen? Mich mit meinem Nächsten nicht mehr befassen zu müssen? Meinem Nächsten nicht mehr dienen zu müssen? Jeder muss sich da selber prüfen. Aber selbst wenn es echte Befürchtung ist, selbst da hat Gott was zu zu sagen. Lass dich nicht treiben von der Angst. Wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Es gibt eine richtige Art und Weise von Vorsicht. Ja, wir haben Verantwortung für unser eigenes Leben und für das Leben unserer Mitmenschen. Wir müssen und sollen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um uns selbst und andere zu schützen. Aber wir sollen nicht von Angst geleitet sein. Wir können und dürfen unserem Vater im Himmel vertrauen. Wir können uns nicht schützen. Selbst wenn wir zu Hause auf dem Sofa bleiben, kann uns der Schlag treffen und wir sind tot. Wir können uns nicht schützen. Mit allen Vorsichtsmaßnahmen, die wir im Leben treffen, können wir nicht am Ende alles uns vor allem schützen. Das geht nicht. Wir sind angewiesen auf den Schutz Gottes und in seiner Hand sollen wir uns immer wieder befehlen. Jesus hat uns das gelehrt. Er hat gesagt, betet doch, bewahre uns vor dem Bösen. Vertraue dich dem Herrn an, der dich wirklich beschützen und bewahren kann. Und dann zieh los und tu das, was Gott, wozu Gott dich beauftragt hat. Lass dich nicht von Angst leiten. Lass dich nicht von Faulheit leiten, sondern lass dich von der Liebe leiten. Und die Liebe, ja, sie nimmt Mundrücksicht. Sie ist auch vorsichtig, aber nicht übervorsichtig. Sie ist nicht von Angst geleitet. Sie vertraut. Also, lass uns das zu Herzen nehmen und uns prüfen in dieser Sache. Vers 14. Eine tiefe Grube ist der Mund von fremden Frauen. Wem der Herr zürnt, der fällt hinein. Wir werden uns nur mit dem ersten Teil befassen und nur mit einem Aspekt. Ich sehe hier zwei wesentliche Punkte, vor der Gott uns warnt. Er sagt, eine tiefe Grube ist der Mund von fremden Frauen. Ich habe da so ein Bild vor Augen. Ich sehe einen zum Kuss bereiten Mund und er hat eine Anziehungskraft. Eine Frau, die sich nach Liebe sehnt und die signalisiert, dass sie offen dafür ist, Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Zärtlichkeit. Und unser ganzes Innerstes sehnt sich ja nach Liebe. Und es ist doch was Gutes. Und wenn da Offenheit zu Liebe ist, ja, dann ist doch Liebe, kann doch keine Sünde sein. Gibt es das in den alten Schlager? Kann denn Liebe Sünde sein? Gott warnt uns und sagt, ja, Liebe kann Sünde sein. Der Mund von fremden Frauen ist eine Grube, ist eine Falle. Er warnt uns davor. Liebe und Zärtlichkeit ist etwas Wunderbares. Aber der Schwerpunkt oder die Betonung hier liegt, es ist die fremde Frau. Und das ist nicht richtig. Es führt dich in die Irre. Wenn du dieser Liebe nachgibst, wenn du dich auf diese Liebe einlässt, fällst du in eine Grube. Was ist jetzt mit der fremden Frau gemeint? Ich sehe da zwei wesentliche Punkte. Wir werden, wie gesagt, heute nur auf den ersten eingehen. Das erste ist, die fremde Frau ist die von Gott entfremdete Frau. Die Frau, die nicht ein Geist mit Gott ist. Der zweite Punkt, die fremde Frau ist nicht die eigene. Schlicht und einfach. Aber dazu kommen wir nächstes Mal. Die von Gott entfremdete Frau oder die gottfremde Frau, beziehungsweise der gottfremde Mann. Lass uns mal hineingehen in das Wort Gottes und diesen Gedanken durch das Wort Gottes hindurch betrachten und unseren inneren Kompass ausrichten lassen vom Wort Gottes. Wir fangen an, in 2. Mose 34, Vers 10. Wir haben das Mittwochs jetzt gerade durchgenommen. Wir gehen da ja gerade durch 2. Buch Mose und den Bund, den Gott mit Israel am Sinai geschlossen hat. Und wir haben gesehen, dass es ein Liebesbund ist. Ein Bund der Liebe. Ja, fast wie ein Ehebund, den Gott mit dem Volk Israel schließt. Es geht um Liebe. Es geht auch in dieser Liebe um Treue. Es geht um Ausschließlichkeit. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ausschließlichkeit. Warum denn immer diese Ausschließlichkeit? Weil Gott derjenige ist, der uns geschaffen hat und nur er das für uns sein kann, was er ist. Er ist unser Gott. Er ist unser Vater. Er ist derjenige, der uns unseren inneren Mangel ausfüllen kann. Niemand anders kann das tun. Niemand kann uns das geben, was Gott uns gibt. Diese vorbehaltlose Annahme, Liebe, Geborgenheit, Sicherheit. Niemand kann uns das geben. Kein Mensch kann uns das geben. Kein anderer Gott kann uns das geben. Weil es gibt nur diesen einen Gott, der alles geschaffen hat, der uns geschaffen hat, weil er uns liebt. Und der sich selbst hingegeben hat am Kreuz von Golgatha für unsere Sünde, um uns ganz für sich zu haben. Weil nur er uns das geben kann, was wir brauchen. Deswegen die Ausschließlichkeit. Er will uns nicht mit jemand anders teilen. Warum? Weil unser geteiltes Herz wird in die Irre geführt. Und wir leiden nur Schaden. Und Gott möchte nicht, dass wir Schaden leiden, sondern dass wir Gesegnete sind. Diesen Segen empfangen wir aber nur in der Ausschließlichkeit unserer Herzensbeziehung zu Gott. durch nichts anderes. Er will uns ganz. Und von dem aus, von dieser einmaligen, exklusiven, unbedingten Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch, folgt dann die Beziehung der Menschen untereinander. Und da hat Gott am Anfang einen wunderbaren Plan gehabt. Ich schaffe Menschen als Mann und Frau. Und ich füge sie zusammen. Einen Mann, eine Frau. Ich füge sie zusammen zu einem Ehepaar. Und dieses Ehepaar soll diese Liebe leben, so wie ich die Liebe zu meinem Volk lebe, zu meinen Menschen. Unbedingt. Exklusiv. So ist es im zweiten Buch Mose Kapitel 20 beim Bundesschluss in den zehn Worten, in den zehn Geboten beschrieben. Und das Volk Israel sagt, ja, wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat. Wir wollen in diesen Bund eintreten. Und was passiert? Mose geht auf den Berg, um von Gott weitere Anweisungen zu erhalten für das Heiligtum, das aufgerichtet werden soll. Und das Volk Israel macht sich einen Götzen. Widerspricht Gott in seinem Gebot. Macht ihr kein Bildnis? Doch, sie machen sich ein Bildnis. Und beten es an. Sie machen sich ihren eigenen Gott. Sie zimmern sich ihren eigenen Gott zurecht. Und beten ihn an. Und Gott ist tief im Herzen getroffen. So wie ein Mann tief getroffen ist von dem Ehebruch seiner Frau. Tief getroffen ist eine Ehefrau von dem Ehebruch ihres Mannes. Und es zeigt sich in dem Eifer Moses, der die beiden Bundestafeln nimmt, diese Steintafeln, wo die zehn Gebote drauf sind, und zerschmettert sie. Als Zeichen des Bruches, des Bundesbruches. Der Bund ist gebrochen. Aber wir sehen in Mose auch etwas anderes, einen anderen Wesenszugs Gottes. Er tritt in Fürbitte ein für das Volk und sagt Gott, höre nicht auf. Vergib ihnen. Und Gott tut es. Gott hört diese Fürbitte. Es ist Jesus, der durch Mose spricht. Und er sagt, ja, ich will diesen Bund erneuern. Obwohl sie gesündigt haben, obwohl sie abgefallen sind, obwohl sie den Bund gebrochen haben. Will ich doch treu bleiben. Ich will treu sein, weil er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Das ist Gottes Wesenscharakter. So bleibt er treu und ist bis heute treu diesem Volk. Und dann ist hier dann Kapitel 34, Vers 10. Da steigen wir ein. Er sprach, siehe, Gott sprach, siehe, ich schließe einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie bisher nicht vollbracht worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Nationen. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du lebst, soll das Tun des Herrn sehen. Denn furchterregend ist, was ich an dir tun werde. Licht sollen sie sein. Alle sollen es sehen. Das Licht Gottes in ihnen. Beachte genau, was ich dir heute gebiete. Gott nimmt es genau. Er geht nicht einfach drüber hinweg. Es ist ihm nicht egal. Er nimmt es genau. Und er sagt, nimm du es auch genau. Siehe, ich will vor dir die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben. Nimm dich in Acht, dass du mit den Bewohnern des Landes, in das du kommen wirst, keinen Bund schließt. Damit sie nicht zur Falle werden in deiner Mitte. Vielmehr sollt ihr ihre Altäre niederreißen, ihre Gedenksteine zertrümmern und ihre Ascherim ausrotten. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen. Denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott, dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt. Denn dann könnte man dich einladen und du könntest, wenn sie ihren Göttern nachruhen und ihren Göttern opfern, von ihren Schlachtopfern essen. Und du könntest von ihren Töchtern für deine Söhne Frauen nehmen und wenn dann ihre Töchter ihren Göttern nachruhen, könnten sie deine Söhne dazu verführen, ihren Göttern nachzuhuhen. Worum geht es in dieser Sache? Es geht Gott darum, ihr seid mein und ich bin euer Gott. Und das soll so bleiben. Da soll nichts dazwischen kommen. Und er sagt, eine große Gefahr ist, wenn ihr mit Menschen einen Bund schließt, die nicht den Bund mit mir geschlossen haben. Denn dann kommt etwas hinein in euer Leben. Ihr seid gebunden an Menschen, die an etwas anderes gebunden sind, die von anderen Göttern geleitet werden, die andere Ziele im Leben haben. Deren Leidenschaft und Passion für etwas ganz anderes schlägt als für mich. Ihr werdet hinweggezogen, weil ihr euch bindet. Wisst ihr, so ist es geschehen im Garten Eden. Eva hat sich betrügen lassen von der Schlange. Sie war aber verbunden mit Adam in den Bund, in den Gott sie hineingeführt hat. Sie waren zusammengefügt worden von Gott im Ehebund. Und Eva hat sich auf die Sünde eingelassen und gab ihrem Mann. Und was hat Adam gemacht? Adam wusste, was hier läuft. Er wusste, das, was wir hier tun, ist Sünde. Aber was hat er gemacht? Er hat die Frucht von seiner Frau genommen und auch gegessen. Warum? Weil er an sie gebunden war. Und weil er die Bindung zu ihr höher gestellt hat als die Bindung zu Gott. Und Gott sagt, lass das nicht zu. Geh keine Bindung ein mit einem Menschen, der nicht in der Bindung zu mir steht. Wir gehen weiter in 5. Mose 7. Nachdem das Volk Israel durch die Wüste gewandert ist, 40 Jahre, kommen sie an den Jordan. Und Mose hält seine Abschiedsrede sozusagen. Er weiß, er wird bald sterben. Er wird nicht mit ins neue Land ziehen. Und er gibt ihnen sozusagen sein Testament mit. Und darin stehen auch diese Worte. Er greift nochmal das ganze Gesetz auf und gibt ihnen immer wieder Hinweise auf die Dinge, die Gott ihnen gesagt hat und ihnen ans Herz gelegt hat. Und einer der Dinge ist das, was wir gerade gelesen haben. Hier in 5. Mose 7 steht, Wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, in das du jetzt hineinkommst, um es in Besitz zu nehmen. Und wenn er dann viele Nationen vor dir hinaustreibt. Die Hethiter und die Girgassiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Perisiter und die Heviter und die Jebusiter. Sieben Nationen größer und stärker als du. Wenn der Herr dein Gott sie vor dir dahin gibt und du sie schlägst, dann sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, noch ihnen gnädig sein. Das hört sich so hart an. Aber Geschwister, es geht hier darum, dass wir mit der Sünde keine Gnade haben sollen. Wisst ihr, Gott ist dem Sünder gnädig, aber er hasst die Sünde. Und wenn ein Mensch mich zur Sünde verführen will, dann muss ich Widerstand leisten. Dann darf ich nicht gnädig sein. Wisst ihr, und am Ende ist es mein eigenes Fleisch. Meine eigene Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Und da ist nun eine offene Tür für Liebe, für Zärtlichkeit. Oh, dann muss ich doch zuschlagen. So oft öffnen sich doch Türen auch nicht. Aber es ist die falsche Tür. Sie führt mich aufs Glatteis. Sie führt mich in eine Grube hinein, wo ich nicht mehr rauskomme. Und Gott sagt, das ist falsch verstandene Gnade, wenn du dem nachgibst. Diesem Bedürfnis nach Liebe in dir, das soll dich nicht beherrschen. Nein, die Liebe zu mir soll dich beherrschen. Nicht dein Gefühl, nicht deine Leidenschaft, nicht deine Begierde. Aber auch nicht die Begierde und die Leidenschaft und die Sehnsucht nach Liebe des Anderen. Weil es letztendlich ein Mensch, der Jesus nicht kennt. Die Sehnsucht in seinem Herzen, die brennt. Sie kann nicht gestillt werden durch die Liebe eines Menschen, durch meine Liebe. Sie kann am Ende nur durch Jesus gestillt werden. Und erst da kommt sie zur Ruhe. Deswegen stelle ich mich entgegen. Dann stelle ich mich im Weg eigentlich der Suche eines Menschen, der in der Tiefe seines Herzens nach Gott sucht. der nach unbedingter Liebe, Geborgenheit, Annahme sucht. Aber diese unbedingte Liebe, Geborgenheit und Annahme, die kann ich einem Menschen nicht geben. Die kann ich einer Frau nicht geben. Ich kann ihr viel Liebe geben, aber ich bin endlich. Ich habe meine Grenzen. Ich habe meine Schwächen. Ich habe meine Fehler. Und ich werde diese Sehnsucht nach unbedingter Geborgenheit und Liebe und Annahme, ich werde sie enttäuschen. Es ist ein Irrglaube, dass ich einer Frau das geben kann. Oder dass eine Frau mir das geben kann. Und wenn ich in falscher Weise hier gnädig bin und diesem Liebesverben nachgebe, dann verstelle ich den Weg zu Christus hin. Dann verstelle ich den Weg zu Gott hin für diese Person. Und es geht hier weiter in Vers 3. Du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht seinem Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen. Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient. Und der Zorn des Herrn würde gegen euch entbrennen und er würde dich schnell vernichten. Das ist auch eine Warnung an alle Eltern. Ein Kind, das im Glauben aufgewachsen ist, das sich auch bekehrt hat zum lebendigen Glauben. Lass es nicht zu, dass dieses Kind in sein Verderben rennt und einen ungläubigen Ehepartner heiratet. Da haben wir Verantwortung als Eltern. Wisst ihr, und wir leben in einem Land, wo jeder seine individuelle Freiheit doch leben soll und muss. Aber wisst ihr, in der Familie Gottes ist es ein Stück anders. Denn unsere individuelle Freiheit, die ist gar nicht frei. Gottes Wort zeigt uns, wir sind als Menschen eben nicht frei. Unser menschlicher Wille, unsere Triebe, unsere Begierden, die sind nicht frei, sie sind sündhaft, sie sind von der Sünde gesteuert. Wenn ich aber zu Gott komme und sein Kind werde, dann empfange ich eine Kraft in mir, dann empfange ich Gott selbst im Heiligen Geist in mir. Und das ist eine Kraft, die mich auf den Weg Gottes führt. Und wenn der Geist mich treibt, wenn der Geist mich leitet, dann bin ich frei und tue doch nicht alles das, was ich vielleicht mir wünschen würde. Nein, in der Freiheit verzichte ich auf vieles und tue viele Dinge, die ich sonst nicht tun würde. Und erlebe so viel Segen darin. So viel Segen von Gott. Also, tu es nicht, sondern so sollt ihr ihnen tun. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim umhauen und ihre Götterbälder mit Feuer verbrennen. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, der Herr hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf tausend Generationen den bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und er denen, die ihn hassen, ins Angesicht vergilt, um sie umkommen zu lassen. Nicht zögert er gegenüber dem, der ihn hasst, ins Angesicht vergilt er ihm. So sollst du das Gebot und die Ordnung und die Rechtsbestimmungen halten, die zu tun ich dir heute befehle. Wisst ihr, Gott hat uns erwählt, dass wir ein heiliges Volk sein sollen. Und so nett und freundlich und mit so vielen guten Eigenschaften und so gut aussehend und so warmherzig dieser Mensch ist, diese Frau ist, dieser Mann ist. Er oder sie folgt einem anderen Gott nach. Er oder sie hat einen anderen Götzen. Er oder sie betet etwas anderes an. Er oder sie folgt einem anderen Herrn. Da müssen wir ganz nüchtern sein. Und deswegen sollen wir, wir sollen ganz radikal sein. Diese Götzen, dem dieser wunderbare Mensch, den ich so liebe, nachfolgt, ist der falsche Gott. Und ich soll mich nicht mit diesem Menschen verbinden. Einen Bund schließen. Wir gehen weiter. Joshua 23, Vers 6. Ne, das lassen wir aus. Wir gehen direkt zu 1. Könige 1. Entschuldigt bitte. 1. Könige 1. Joshua bestätigt das noch mal, als das Volk Gottes nach Israel einzieht, gibt er es ihnen auch in seinem Testament mit auf den Weg, dass sie sich nicht verbinden sollen mit den Ungläubigen. 1. Könige 11. Der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen, und zwar neben der Tochter des Pharao, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonitische, Sidonische, Hittitische, von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen, und sie sollen nicht zu euch eingehen. Für wahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zu neigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Das Wort hing, was hier steht, ist dasselbe Wort, was in 1. Mose 2, Vers 24 steht. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, und er wird seiner Frau anhängen, anhaften, gebunden sein an sie. Und sie werden ein Fleisch sein. Salomo hing an diesen Frauen mit Liebe. Und dass er so viele Frauen hatte, das war schon Sünde. Gott hatte gesagt in 5. Mose 17, Vers 17, der König soll nicht viele Frauen haben. Und Jesus zeigt uns, dass Gottes Wille ist, dass ein Mann und eine Frau eine Ehe eingehen. Aber er hatte viele Frauen. Aber das war nicht der entscheidende Punkt, was Gott gegen Salomo hatte, sondern dass es die fremden Frauen waren, mit den fremden Göttern. An diesen hing Salomo mit Liebe, und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Als er jung war, hat er noch widerstanden. Aber als er alt wurde, hat er mitgemacht. Diese Frauen hatten Einfluss auf sein Leben. Und sie haben ihm sein Herz geteilt. Sein Herz war nicht mehr ungeteilt. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonia, und dem Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und er folgte dem Herrn nicht so treu nach, wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg der Jerusalem gegenüberliegt, und für Moloch das Scheusal der Söhne Ammon. Ebenso machte er es für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauchopfer und Schlachtopfer darbrachten. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Wir springen zu Nehemiah, Kapitel 13, Vers 23. Nehemiah 13, 23. Das ist, nachdem das Volk Israel nach Babylon geführt worden war und sie auch schon wieder zurückgekehrt waren nach Israel. Und Nehemiah war aus Persien gekommen und führte das Volk darin an, die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Und in Vers 23 steht, von Kapitel 13, Nehemiah, auch sah ich in jenen Tagen die Juden, die aschdodische, ammonitische und moabitische Frauen geheiratet hatten. Und die Hälfte ihrer Kinder redete aschdodisch, keines von ihnen konnte jüdisch reden, sondern nur in der Sprache des einen oder des anderen Volkes. Da ging ich mit ihnen ins Gericht und verfluchte sie und schlug einige Männer von ihnen und raufte ihnen die Haare aus. Krasses Bild. Und ich beschwore sie bei Gott, wenn ihr eure Töchter ihren Söhnen gebt und wenn ihr von ihren Töchtern für eure Söhne und für euch Frauen nehmt. Wo ist der Rest des Satzes? Das ist so eine typische hebräische Spurformel, wo man die zweite Hälfte nicht ausspricht. Das ist so furchtbar, das spricht man gar nicht aus. Dann möge der Blitz uns treffen, dann möge Gott uns verfluchen. Das sagt man dann gar nicht mehr. Aber er beschwor das Volk. Er sagte, mach das doch nicht. Gott hat es doch gesagt. Mach das doch nicht. Und dann vertieft er die ganze Sache und sagt, hat sich ihretwegen nicht schon Salomo, der König von Israel, versündigt? Und einen König wie ihn hat es unter den vielen Nationen nicht gegeben. Und er war geliebt von seinem Gott und so hatte Gott ihn zum König über ganz Israel gesetzt. Doch auch ihn haben die ausländischen Frauen zur Sünde verleitet. Also wenn du denkst in deinem Herzen, naja, ich bin ja stark im Glauben und ich werde schon diese Frau zum Glauben führen oder ich werde ihn zum Glauben führen, sage ich dir, bist du besser, bist du mehr als Salomo? Salomo hat es nicht hingekriegt. Wie willst du es hinkriegen? Und so sagt es Nehemiah hier zu dem Volk. Muss man nun auch von euch hören, dass ihr ganz das gleiche große Unrecht begeht, treulos gegen unseren Gott zu handeln, dadurch, dass ihr ausländische Frauen heiratet? Wisst ihr, und das Problem war nicht, dass sie Ausländerinnen waren. Es gibt eine wunderbare Geschichte über eine Ausländerin, die einen Juden geheiratet hat. Und das wird gefeiert. Sie ist eine Vorfahrin von David. Sie heißt Ruth. Da gibt es ein ganzes Buch drüber. Aber wisst ihr, es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied. Warum für Gott das eine wunderbare Sache ist bei Ruth und hier überhaupt nicht. Ruth hat sich zum Gott Israels bekehrt. Als sie nach Israel ging mit ihrer Schwiegermutter Naomi, hat sie gesagt, dein Volk soll mein Volk sein und dein Gott soll mein Gott sein. Und so ist es dann auch im Neuen Testament. Zweite Korinther, 1. Korinther 7, Vers 39. Ich lese mal zuerst. 1. Korinther 7, Vers 39. Paulus spricht hier in dem ganzen Kapitel über Ehe und was geht, was nicht geht. und Vers 38 sagt er, also wer seine Jungfrau heiratet, handelt gut. Wer sie nicht heiratet, wird besser handeln. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, wenn er gestorben ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Im Herrn muss es geschehen. Was heißt das? Also es bedeutet erstmal, sie ist frei, sich zu verheiraten, an wen sie will, ist eingeschränkt. Es ist eben nicht so, dass sie jeden heiraten kann, sondern im Herrn soll es geschehen. Was bedeutet das? 2. Korinther 6, Vers 14. Paulus sagt, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Was heißt das? Jesus hat zweimal auch, oder hat auch über die Ehe gelehrt, in Matthäus 19 kann man das nachlesen, und da verweist er auf diese Stelle, in 1. Mose 2, Vers 24, die ich schon vorgelesen habe, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhaften, anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Dann sagt er, erklärend dazu, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und dieses Wort zusammengefügt, da steht eigentlich im griechischen Original, was Gott zusammengejocht hat. Was bedeutet das? Das ist dieses Bild von dem Joch, wo zwei Tiere zusammengespannt werden, vor einem Flug oder vor einem Wagen, die dann als Arbeitstiere zusammen diese Arbeit tun. Sie werden zusammengejocht, das heißt in ein Joch zusammengespannt, und sind dann verbunden miteinander und gehen gemeinsam und dienen gemeinsam und leben gemeinsam. Und dieses Bild, dieses Bildwort, gebraucht Gott als ein Bild für die Ehe, was Gott zusammengejocht hat. Und was sagt Paulus hier? Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Lasst euch nicht zusammenjochen mit einem Ungläubigen. Warum nicht? Weil dein Ziel ist das Ziel, was Gott dir gegeben hat. Du als Ochse oder als Kuh, entschuldigt bitte den Vergleich, ihr seid geleitet von eurem guten Hirten, der euch zeigt, hier, das ist der Weg, das ist die Spur, auf die sollst du gehen. Das andere Tier hat aber einen anderen Herrn, der in eine andere Richtung führt. Das funktioniert nicht. Und Gott sagt, mach es nicht. Begib dich nicht in dieses Joch hinein. Begib dich in das Joch mit jemandem, der denselben Herrn hat wie du. Der dieselbe Lebensrichtung hat wie du. Damit du deinem Herrn nachfolgen kannst und Licht und Salz sein kannst, mit deinem Ehepartner zusammen. Es richtet sich nicht dagegen, dass wir nicht Kontakt auch mit Ungläubigen haben sollen. Wir sollen uns den Ungläubigen zuwenden. Wir sollen Gemeinschaft mit ihnen haben. Wir sollen mit ihnen essen und trinken. Wir sollen ihnen was? Das Evangelium bringen. Sie sollen Jesus kennenlernen. Sie sollen Vergebung und Gnade erfahren. Sie sollen zu Kindern Gottes werden. Aber nicht auf dem Weg der Liebesbeziehung. Das ist nicht der Weg, den Gott uns gibt. Halte dich fern davon. Gehe nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft liegt mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Wisst ihr, wir sind der Tempel Gottes. Gott wohnt in uns. Aber in dem Menschen, der Jesus nicht angenommen hat, der sich verweigert, das größte Geschenk, was Gott uns gemacht hat, anzunehmen, der ist nicht Tempel des Heiligen Geistes, sondern er ist ein anderer Tempel. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Gott hat uns geheiligt durch sein Blut, aber er möchte, dass wir uns auch heiligen lassen durch die Wahrheit und dass wir uns ausrichten, unseren Kompass ausrichten und diesen Weg gehen, den Gott uns zeigt. Und auch wenn das manchmal hart ist, weil wir uns gegen unsere eigenen Gefühle entscheiden müssen, wisst ihr, die Gemeinschaft mit Gott ist kostbarer als die Erfüllung unserer Gefühle, unserer Begierden, unserer Bedürfnisse. Und Gott wird für uns sorgen. Da können wir sicher sein. Aber lasst uns nicht die Maßstäbe Gottes verwischen, wie es teilweise getan wird heutzutage. Ich sage diese Dinge, weil, wie gesagt, wie Nehemiah sagt, ich beschwöre euch, lasst uns diese Maßstäbe Gottes verinnerlichen, dass wir sie selbst praktizieren und unsere Kinder, an unsere Jugendlichen, an unsere Geschwister in den Gemeinden, vielleicht auch aus anderen Gemeinden, dass wir sie weitergeben, dass wir darin bleiben, dass wir daran festhalten, dass wir nicht gute Miene zum bösen Spiel machen, wenn diese Dinge geschehen in der Gemeinde Gottes. Lass uns da zu Gottes Wort stehen und daran festhalten, um der Liebe willen, um Gottes Willen und um unserer Geschwister willen. Und Gott ist gnädig, wisst ihr? Er will uns Kraft dazu geben, in diesen Wegen zu wandeln. Er will uns Kraft geben durch seinen Geist, in diesen Wegen zu wandeln. Aber lass uns nicht die Maßstäbe Gottes verdrehen. Lass uns da drin bleiben. Und wir sind gnädig. Wir haben Gnade empfangen. Wir haben alle doch gesündigt. Wir sind alle schwach und wir haben uns alle verfehlt, auch in diesen Dingen. Aber lass uns nicht die Gnade Gottes missbrauchen, sondern feststehen in der Wahrheit. Lass uns nicht mit dem Ungläubigen unter ein Joch gehen. Amen.